Doodle Web 3 Doodle Web 3 Offline sind wir eh schon, deswegen. Hey, tuti! Geh' euch aber noch in der Lobby. Hauptmenu! Soll ich noch mal eins versuchen? Versuch noch mal, ich fang noch eins mit. Also es macht richtig sichtig das Scheißgehen. Vor allem, weil's halt doch so schnell geht. Da denkst du, ah, eins geht noch, eins geht noch, eins geht noch. jawohl und eins geht noch ich habe echt viel spaß bei dem spiel so viel schon lange nicht mehr gelacht und action und einer ist hinter mir ich bin im tor oder wieso war ich so spät obwohl ich vollgas hingefahren bin du kannst raus wenn du weg kannst du nicht der kommt der kommt jawohl dave gut job dave marcus hat ihn wieder eingeleitet und er wird daneben ich bin im tor ich bin im tor ich habe das gefühl einer von den nacken schnelleres auto als ich nur gott ja meine schulden der kam viel zu schnell ich war zwar ein tor ich bin gerade das eingefahren ich habe noch gedreht hinten ich habe das aus ich bin schuld ich bin schon nicht so schlimm ich bin der seite marcus in der mitte jetzt war ich mein wenigstens mit am ball oh nein oh gott ich hole ihn da raus oder auch nicht man Machst du Markus? Machst du, machst du, machst du? Nein, ich bin vorbei gefahren. Oh, scheiße. Außen. Oh, wie ich ihn verfehle. Oh, ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich habe ihn gerettet. Ja, nice, du. Nice, du. Ist doch gut. Und vor? Nice, nice, nice. Du bist in der Mitte. Ja, der kam nicht gut für mich. Habe ich einen gecrashed? Ne. Oh, nein. Wuhu. Gehen wir wieder zurück? Ah. Ja. Nein. 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 Ja, ja, ja. 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 Den habe ich schön reingeschoben. Und? Bam. Bam. Das war ja fast auf den Kopf getriggelt. Ich habe ihn reingetragen förmlich. Nein. Ich glaube, ich bin hinten, oder? Ja, ich bin hinten. Ich bin hinten. Okay. Okay. Oh, ich bin ziemlich gut vorgekommen. Doch, Angst, aber. Markus. Okay. 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 Ich bin ganz hinten. Okay. Okay. Und weggeschossen. Und nochmal. Nice. Ich hole ihn rein. Ich hole ihn dir rein, wenn ich. Ne, ich schaffe ihn nicht. Ich habe kaum einen Boost. Geht alleine rein? Ja. Ja. Gut vorgeschossen. Hat er aber leider nicht gera... Jawoll. Nice. Ja, ich glaube, mit dem Auto bin ich am besten. Ich bin im Tor. Okay. Markus. Holger. Alter, der ist schneller mit seiner Karre. Oh, ich habe ihn nicht. Ich bin nicht. Tor ist leer, Tor ist leer. Mach ich. Mach ich. Scheiße. Ich bin zu schnell. Fick deine Schnelligkeit. Ah. Ich habe fast meinen Controller zerbrochen. So fest habe ich gedrückt. Oh, Alter. Der Bronzin. Wirst du mich verarschen? Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein. Keine Chance. Wenn der andere kommt und holt und schießt. Wenn du direkt vom Tor runterkriegst. Was machst du denn da dagegen? Was machst du denn da dagegen? Wie er ankam. Ja. Der ist so abgebrallt. So krass, ey. Ich bin im Tor. Ich bin im Tor. Ich drücke jetzt voll raus und blieh direkt. Aber der andere ist schneller da. Ja, vielleicht liegt das Timing am Timing. Oh Gott, den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Keine Chance. Was? Vielleicht gibt es hier einen Blitzstart irgendwie. Ach so. Einen Blitzstart gibt es nicht. Hm? Okay. Wirst du es auf? Was denn? 4 zu 3? Oh ja. 38 Sekunden. Komm, 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 komm. Wo ich war. Ich war irgendwo am Rand vom Tor gelegen. Ich bin an der Seite. Markus in der Mitte. Okay, mach Markus. Du kannst drauf, ich bin im Tor. Kriegst du den rein? Jawoll. Nein. Ja, nein. Vielleicht. Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Dann halte ich ihn wenigstens. Hier. Halt den einfach vorne. Nein, ich bin immer zu schnell. Falko, die hässlichsten Felgen der Welt mit dem hässlichsten Namen der Welt. Und tschüss. Ich habe einen Racing-Streifen bekommen. Bremsspur in der Hundose, ja? Genau. Doppelt, aber. Boah, bin ich fertig. Revanche. Revanche. Drei von vier. Bereit? Markus, du musst noch bereit machen. Markus, du musst bereit machen. Bin bereit. Beide, jederzeit. Aber es stimmt nur drei. Oh, wird das jetzt? Nee. Ich finde das komisch. Es macht Revanche. Alle nehmen an. Ja, vielleicht wäre nur die, die auf Revanche drücken. Gut im Tor? Ich bin im Tor, ja. Markus, okay. Dulu, vielleicht kannst du anfangen. Ja, ich gehe schon. Ah, fuck. Ah, schade. Auf jeden Fall gut weggespielt. Haben wir jemand im Tor, oder? Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Kevin, du Held. Wahnsinn. Du musst manchmal echt ziemlich lange warten, weil du nicht weißt, ob der vorher nochmal abgeclashed wird oder nicht. Bisschen blau, ja? Äh, ja. Oh, Markus, der war gut. Warte. Kevin, super. Oh, irgendjemand hat mich weggebrannt. Mich auch. Hast du gesehen? Ich bin nicht mein Tor. Oh, der geht rein. Nein. Ich hätte nach hinten drücken sollen. Nach oben. Ich bin nach links. Ich habe im Dach wieder lag. Aber ich wurde voll weggebrannt von Markus, hatte ich keine Chance ins Tor zu kommen. Aber er wäre trotzdem rein, oder? Obwohl, ich hätte sogar Fossen werden können. Ja, ja. Ich hätte ihn schon werden können. Markus, das ist super. Boah, Alter. Oh, scheiße. Tor frei. Boah. Der frei? Das ist ein Tor. Boah. Ei, ei, ei. Boah. Boah. Schlecht. Ja, aber ich war schneller als der Ball. Wie du an ihm vorbeifährst. Au. Oh, sorry. Passt du. Den mache ich. Ah, verdammt. Sehr gut, Kevin. Ja. Ah. Jawoll. Nice. Schönes Ding, du. Hör. Boot. Hör. 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 Wärme. Ah, immer gut gemacht. Oh, no, no. Wärme geschoben. Sehr geil. 1-1. Ich bin, glaub, hinten. Ich bin hinten. Oh, ich spring wieder. Okay, gut. Zu denen drüber. Boah! Na gut, dann nehm ich ihn halt. Oh, Markus! Boah! Hä? Ich dachte, den hatte ich. Tot gemacht, Markus. Sag mir, was du spielst. Oh, jawoll. Oh, ich bin in die Luft geflogen. Ja, ich bin tot. Und, und! Wir haben uns beide in die Luft und kriegen die beiden nicht gehalten. Nice. Ich zerstört. Ich zerstört. Tor zerstört. Ba-bam. Gut, 2-2-1 für uns. Das ist knapp. Ich bin hinten. Bin ganz hinten. Hinter dir, Tu. Okay. Voll drauf. Oh, verdammt! Ja, ich habe meinen Einsatz verpasst. Ich habe keinen Nitro gehabt. Du musst echt an viel denken, so viel taktisch auch fahren. Ja, vor allem ziemlich viel in ziemlich wenig Zeit. Wir springen beide vorbei. Ich bin rausgeschossen. Aber nicht so weit. Oh, sorry, Markus. Boah! Alter, ich bin rausgerückt. Rettung habe ich über die 50. Da habe ich schon rein, dann bin ich das gekommen. Oh! Ah, schade. Bisschen schräg. Ah! Sorry! Ah, verdammt! Ah, ich kriege ihn nicht! Oh Gott! Das war ja das MLG-Pro-Abwehr-Linksbumsens-Vorne-Hinten-Links-Rechts. Das war richtig nice. Okay, 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 okay. Habe ich. Okay, hole ich mir. Ach, das hat aber richtig krank. Ich hab mal rausgeholt. Scheiße! Zu viele Autos im Weg. Sie müssen Hoffmann wieder sprennt seinen Topg President sehen. Mach ich, mach ich. Oh mein Gott bin ich scheiße. Ich bin fett und dumm und scheiße. Du bist der Scheiße. So riktig... Ne, ne. Ich halte das, ich halte das, ich halte das. Jawoll. Fahrrad. Nein! Töte mich, zerhackstücke mich, fick mich und dann töte mich einfach noch mal. Warum will ich so schlecht? Scheiße. Markus, der könnte ein Abstauer werden. Dem Auge. Schafft ihr nicht, Lutscher. Alles noch rausgehauen. Nice! Oh, Venom habe ich freigespielt. Der sieht gut aus. Venom. Boah, ich habe mich psychisch fertig, das Spiel. So, ich habe eine Lackierung in Metallic bekommen. Okay, Metallic ist schon cooler. Falco. Aber. Ja, geht noch eins, oder? Bei mir geht noch eins. Auf geht's. Ich habe jetzt ein neues Auto, Venom. Ich habe es über ihr und ein復いい getetet, das Ganze 15 Minuten zu verbrain. So, nicht. Dann sch gad então. Du braucht mich große Christlich. Wie ist das Video? Wie ist das Video? Ich halte.